Wir sehen in den aktuellen Umfragen, dass die AfD geschwächt wird durch die Bündnis Sarah-Wagenknecht-Partei, BSW. Nun kommt aber eine aktuelle Umfrage von der Wahlkreises Prognose raus für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und hier zeigt sich, dass trotz dessen, dass die BSW ein sehr starkes Ergebnis einfährt, auch die Alternative für Deutschland trotz dessen auf dem Platz 1 bleiben würde. Das gucken wir uns ganz genau an. Moin zusammen, mein Name ist Oli, wenn du neu bist, gerne ein Abo da lassen. Und wir gehen direkt rein. Wir gucken jetzt, wie gesagt, als erstes nach Mecklenburg-Vorpommern. Ganz liebe Grüße an alle aus Mecklenburg-Vorpommern. Gehen raus. Und wir sehen das hier, wenn wir auf der Seite von der Wahlkreis-Prognose ein bisschen nach unten scrollen, sehen wir erstmal hier das Ergebnis ohne die BSW, das gemacht wird. Da sieht man nämlich die Sonntagsfrage und sieht man hier ganz klar, ganz eindeutig, ich hatte ja vor ein paar Tagen bereits ein Video darüber gemacht, dass in allen neuen Bundesländern, sprich Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, die AfD mittlerweile die stärkste Partei ist. Ich weiß, ihr schreibt das ja immer wieder in die Kommentare. Ich bin ja auch dankbar drum und verstehe das mittlerweile selber auch als langsam checkender Wessi oder wie man mich auch immer bezeichnen möchte, dass ihr offensichtlich solche Aktionen und Regime und sonstiges, was hier sich gerade einfach auftut, viel, viel schneller und deutlicher realisiert. Und einfach auch aktiver seid, habe ich das Gefühl. Nichtsdestotrotz, wir sehen es gleich auch noch in Baden-Württemberg, was da los ist. Auch keine schlechte Entwicklung, möchte ich mal behaupten. Aber wir sehen jetzt hier im Vergleich zur letzten Umfrage eine Steigerung von 11%. Das muss man sich mal als gegnerischer Politiker überlegen. Woran könnte das denn liegen? Warum ist die Partei jetzt gerade aktuell in den Umfragen so stark? Warum sind die in Bayern so stark nach der Wahl? Warum sind sie bei der Wahl auch in Hessen so, so stark geworden? Hm, vielleicht liegt das daran, weil wir gegen die Bürger sind, weil wir eine Politik machen, die die Bürger drangsaliert, weil wir eine Politik machen, die gegen die deutsche Bevölkerung ist. Aber dafür müsste man sich selbst und seine eigene Politik mal kritisch hinterfragen. Und das können offensichtlich sehr viele leider nicht. Wir sehen dann auch, SPD wirklich heftig abgeschlagen auf 20%. CDU leichter Anstieg, 17,5%. Linke hier tatsächlich noch bei 8%, Grüne 6,5% und mit einem Minus von 6,5%. Ist aber immer noch 1,6% zu viel, damit sie rausfliegen würden aus dem Mecklenburg-Vorpommernischen Landtag. Im direkten Vergleich sehen wir das Ganze hier. Das finde ich ganz gut gemacht, dass sie nämlich auch gefragt haben, wenn die BSB mit zur Auswahl stehen würde, wen würden sie denn dann wählen? Und dann sehen wir relativ ähnliches Verhältnis hier bei der SPD, 20 zu 20,5%. Wir sehen 17,5 zu 15,5%. Also kann man schon sagen, die 2% würden hier zur BSB gehen. Und genau das, was ich ja seit Wochen gesagt habe, wir benötigen eigentlich keine neue Partei. Und ja, einige Leute sehen in der BSB eine Alternative zur AfD. Und das sind in der Zahl 10%, die die BSB dann von der AfD offensichtlich erhalten würden. Genau so sehen wir auch, dass die Linke dann tatsächlich rausgeflogen wäre, nur noch bei 3,5%. Die Grünen ebenfalls raus. Und auch bei der FDP sieht es weiterhin schlecht aus. Die hätten dann auch nochmal ein bisschen mehr verloren als hier vorher ja schon. Also eine ganz, ganz interessante Entwicklung, die sich hier auftut. Und dann muss man natürlich direkt fragen, was für Möglichkeiten der Koalition ohne die BSB, haben wir das hier bei der WUM, würde es denn jetzt geben? Und hier ist ziemlich viel blau. Es gibt nur aktuell bei diesen 35% eine einzige Möglichkeit, wie man die Alternative verhindern könnte, abgesehen von einer Minderheitenregierung. Das wäre ja ebenfalls möglich. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Das wäre SPD und CDU oder SPD, CDU. Und Grüne, die könnten ebenfalls eine Minderheitenregierung machen. Was dann passiert und wie schwer es dann ist, natürlich Sachen durchzusetzen, dass man dann auch mit der bösen AfD gemeinsam abstimmen müsste, das sehen wir teilweise manchmal in Thüringen. So und dementsprechend, da müsste dann von der CDU aber auch noch eine Brandmauer fallen. Aber nicht die Brandmauer nach rechts zur AfD. Das wäre hier der Fall. Nein, es müsste die Brandmauer nach links fallen. Mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Das ist allerdings noch ein paar Jahre hin. Die Wahlen finden ja erst statt 2026. Da fließt noch viel Wasser den Rhein runter und wird sich noch einiges ändern. Darüber sind wir uns im Klaren. Nichtsdestotrotz, jetzt gucken wir hier zu mir in den Westen nach Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg ist auch interessant. Die Grünen sind auf dem absteigenden Ast. Und hier wird als erstes gefragt, die Führung der Landesregierung. Wer sollte die denn innehaben? Und wir wissen, das ist ja aktuell sehr, sehr stark vertreten durch die Grünen in Verbindung, in Koalition mit der CDU. Und deswegen auch die Parteien hier so direkt gegenübergestellt. Da sagen 18 Prozent, ja, das sind die Grünen, die machen das gut. Das soll so weitergehen, wie es hier läuft. Verzeihet es mir, ich kann das alles nicht mehr vervollnehmen, was hier los ist. Immer noch 18 Prozent in Baden-Württemberg. Ja gut, die Leute verdienen da natürlich auch viel Geld überdurchschnittlich im Verhältnis zu anderen Bundesländern. Dementsprechend muss man sich halt leisten können, die Grünen. Und das können sich offensichtlich dort einige. 55 Prozent wiederum für die CDU. Aber 27 Prozent, ein Viertel aller Befragten, sagt hier ganz klar, keine davon. Das sollte ebenfalls aufschrecken. Das sollte Winfried Kretschmann, den aktuellen Ministerpräsidenten der Grünen, dort aufschrecken. Genauso wie auch dies hier. Wenn wir nämlich sehen, dass die CDU hier bei 30 Prozent ist und die AfD bei satten 22 Prozent auf dem zweiten Platz und damit hier den Ministerpräsident stellende Partei, die Grünen, in Baden-Württemberg, deutlich überholt hat. Mit nur noch 20 Prozent. Noch mal, wie können die das denn schaffen, immer noch bei 20 Prozent zu landen? Das muss man sich an der Stelle hier doch wirklich ganz klar fragen. Was dürfen die sich denn noch alles erlauben, bis die unter 20 Prozent sind? Wie vielleicht unter 10 Prozent? Die Leute in Baden-Württemberg sind offensichtlich sehr, sehr schmerztolerant oder möchten es sogar. Masochistisch veranlagt, wie es so schön heißt. Und auch in Baden-Württemberg muss man uns mit diesem Wahlergebnis dann angucken. Was könnte dort passieren? Es würde so bleiben, wie es ist. Es würde so bleiben, wie es ist. Wir sehen es ja hier, gestrichelte Linie umrandet. Das Ganze mit 56,2 Prozent wären hier die CDU mit den Grünen gemeinsam immer noch die regierungsstellenden beiden Parteien in der Koalition, wie sie jetzt auch aktuell dort agiert. Allerdings, wenn natürlich die Grünen schwächer sind als die CDU, würde Kretschmann nicht mehr sein Amt behalten, so gehe ich von aus. Aber es wäre ebenfalls möglich mit einer deutlich höheren Mehrheit von 58,4 Prozent CDU, AfD. Aber was sagst du da, Olli? Das geht ja nun gar nicht. Das ist ja intolerant. Sowas soll man ja gar nicht erst sprechen. Eine Deutschland-Koalition wäre ebenfalls möglich. CDU, SPD, FDP, AfD, Grüne und SPD. Das wäre sehr, sehr witzig. AfD, Grüne und FDP ebenfalls möglich. Und dann noch drei kleinere Möglichkeiten, die aber alle der Minderheiten unterliegen würden. Und hier bin ich mal wirklich ganz gespannt, ob sich das in den nächsten Monaten nochmal drastisch verändern wird von CDU und Grüne, die aktuell noch vorhandene Mehrheit, und ändern wird. Weil man sieht ja hier ganz eindeutig diesen Trend bei den Grünen. Aber man muss natürlich nochmal dazu sagen, dass die Grünen in Baden-Württemberg wirklich so stark sind. Das ist das einzige Bundesland, wo sie einen Ministerpräsidenten stellen. Und ich kann es mir nur erklären, dass die Leute dort wirklich so viel Geld verdienen, so viel haben und sich darüber halt einfach auch so ein bisschen freikaufen möchten. Aber eure Vermutungen und Wahrnehmungen dazu könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020